Habe ich irgendwie so einen Kontrollpunkt übersprungen? Hallo? Pampe, Pampe, Ups, so, Pampe. Ich sehe nichts, oh scheiße. Oh scheiße, oh scheiße. Ich glaube, ich will hier mal einen Helferfluro haben, einfach so, so Helferfluro mäßig. Mal gucken, vielleicht kommt er auf irgendwelche ulkigen Ideen und drückt irgendeinen Knopf, oh mein Gott. Habt ihr diesen riesen Blob gesehen? Okay, offensichtlich möchte er keinen Knopf drücken. Akzeptieren wir das einfach mal so. Hier haben wir Umschalt gepumpt, das, keine Ahnung, was mir das bringt. Doch, das weiß ich schon, wie ich das Rätsel löse. Das habe ich, das Rätsel kann ich lösen. Das kriege ich hin. Äh, Trinkerapplikationen, so. Und zwar einmal hier. Oh Gott, es schwappt darunter wie sonst irgendein ekelhafte Zeug, das einfach nur ekelhaft ist und darunter schwappt. Äh, hä, hä. So, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, du stirbst nicht einfach. Na? Oh ja, du lebst, du lebst. Wunderschön. Und du hast den Schalter aktiviert. Wundertoll. Jetzt gucke ich noch zu, wie du explodierst und... Bumm! So, jetzt muss ich noch mal kurz was herausfinden. Und zwar, wie verhält sich das grüne Zeug mit dem blauen Zeug? Es reagiert gar nicht miteinander. Das ist eventuell nützlich zu wissen. Nein, da geht's weiter, da will ich nicht lang. Da geht es weiter, da will ich nicht lang. Ähm, 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 ähm. Das heißt, ich habe hier noch ein Rätsel zu lösen. Ähm, lebt mein Helfer da drüben noch? Helferlein! Huhu, huhu, huhu. Nein, mein Helferlein lebt nicht. Äh, Helferapplikation. So. Dann einmal bitte. Guck mal, da drüben ist so ein wunderbarer... Ja, ich folge dir. Knopf, den du drücken kannst. Oh, upsala. Da muss ich ganz vorsichtig sein. Und... Dankeschön. Du hast mir sehr geholfen. Du darfst deinen Dienst beenden. Oh, grüne Pumpe als Kanister. Yes, Kanister. Mit leuchtendem Glibber. Ja, eins, zwei, drei, drei. Ja, grüner Glibber. Flüssige Luminiszenz. Oh, das ist das. Also, zur Erklärung. Luminiszenz ist eine chemische Reaktion, die Leuchten hervorbringt. Oder so wird es genannt, wenn durch chemische Reaktionen etwas leuchtet. Es luminisiziert. Es gibt da so lustige kleine Wasserlebewesen, die... Das ist Bioluminiszenz. Das sind Lebewesen, die halt selber leuchten. Diese Tiefseefische da, Anglerfische, die leuchten. Punkt. Das ist Luminiszenz. Äh, ausgezeichnet. Durch diese zusätzlichen Kanister kann ich jetzt meine Ausrüstung nutzen, um leuchtenden Glibber abzusaugen und zu dispensieren. Auszuschütten. Was auch immer. In dieser dunklen Umgebung wird das besonders hilfreich sein. Experimente mit... Interakt... Experimente mit Interaktion mit Flurus sollten dadurch viel einfacher werden. Ist okay. Danke. Soll heißen, ich hab jetzt hier Libber. Hier Libber und ich kann damit auch Flurus machen. Oh yes. Ich hab Glibber. Ist das nicht schön? So. Ich möchte den Glibber gern einmal komplett auffüllen. Ich hab jetzt auch ne Taschenlampe. Ich hab jetzt ne Taschenlampe. Schapariz. 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 Okay. Da komm ich. Oh, da komm ich sogar hoch. Üble Skilljumps. Vom üblem Skill... Hm. Spapari. Oh Gott. Oh Gott. Lieber Faith. Äh, Lieber Faith. Hm. Was soll ich hier jetzt machen? Ah. Miss Ambergride. Da da. Äh. Ah. Ah. Und das... Wow. Das war ein bisschen zu einfach irgendwie. Ob ich es auch hätte mit Wasser füllen dürfen? Ich hänge an meiner Laterne. Und meine Laterne hängt an mir. Ja. Wasserhelfer-Fluro. Stein. Okay. Und das Ding fährt los. Okay. Gucken wir dem einfach mal weiter zu, was er so macht. Ah. Da holt er eine neue Lore. Will ich mich da mal reinstellen? Ich glaube, ich will mich da erst reinstellen, wenn der Brocken schon drin ist. Ja. So. Jetzt fühle ich... Ja. Ich wusste, dass er mir wehtun wird. Äh. Ich hab ein bisschen Angst. Äh. Holter, da, 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 holter, da. Eine lustige Minenfahrt. Eine Minenfahrt, die ist das nicht. Eine Minenfahrt, die ist schön. Ja. Da kann man dunkle Stollen und kein Ende da drin sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht ja immer... Oh mein Gott. Dieser Hintergrund. Guckt ihn euch an, wie... Hab ich mir grad... Oh, wie der Minenkarren einfach auch kaputt geht. Übel. Ich glaub, da sollte ich nicht reinhüpfen. Was passiert, wenn ich da so zeug? Da passiert gar nichts. Äh. Dieses Schild sagt dort entlang. Akzeptiert. Äh. Äh. Warum noch tiefer nach unten? Das ist eine verfickte Mine. Why? Warum? Warum? Äh. Mino Gustav. Ich heiße nicht Gustav. Was seid ihr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ist das süß. Guckt ihr da. Oh mein Gott. Ist das süß. Oh mein Gott. Es folgt dem Licht. Oh wie cool ist das denn. Warte. Folgt es auch dem Licht? Es folgt auf jeden Fall dem Licht hier. Oh mein Gott. Ist das süß. Guckt euch das an. Oh. Hier. Komm Schnucki. Ah. Oh mein Gott. Ist das äußerst niedlich. Äußerst niedlich. Guckt euch das an. Es hat vier oder zwei Beine. Es hat zwei Beine. Und es hat so ein Bommel auf dem Kopf. Wie so ein. Wie so ein. Echt. Wie so ein Anglerfisch. Das ist cool. Wie so ein Anglerfisch. Oh mein Gott ist das. Es bommelt so hin und her. Äußerst niedlich. Oh. Oh. Knuffigkeitsanfall auf Knuffigkeit. Hier. 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 Hier hoch. Komm. Oh mein Gott. Kann das hoch springen. Angst im Dunkeln. Lesen. Angst im Dunkeln. Schon wieder eine Fluro-Evolution. Diese hell. Helle Fluro. Dieser helle Fluro. Helle Fluro. Ich nenne ihn Licht Fluro. Es spricht sich schöner. Dieser Licht Fluro scheint bis zu seiner Freisetzung nicht aktiv und unterirdisch. Was? Nochmal. Dieser helle Fluro scheint bis zu seiner Freisetzung nicht aktiv und in unterirdischen Behältern komprimiert zu sein. Danach muss er Licht suchen um zu überleben. Da Licht eine der wenigen Energiequellen in dieser Mine ist, sind diese wenigen Quellen bei den hier hausenden Kreaturen logischerweise sehr begehrt. Und ihre natürliche Raffinesse, die manchmal frustrierend sein kann, ist wirklich beeindruckend. Okay. Komm. Oh. Und es folgt mir. Komm. Oh, es ist wie das Jäger-Fluro, nur dass es dem Licht folgt. Los. Komm. Komm mit. Du bist voll süß. Ey, ey, ey. Hier, hier, hier. Komm, komm mit. Du bist voll süß. Ich will nicht erst so... Kannst du nicht weitergehen? Stürbst du jetzt? So, Tod und Verderben. Hehe. Dann bin ich ein Arsch. So, runter oder hoch? Runter oder hoch? Ähm. 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 Oh mein Gott, das ist ja gar nicht unübersichtlich hier. Oh mein Gott, das ist ja so gar nicht unübersichtlich hier. Haha. Ich glaube, ich gehe erst mal runter. Ah, da haben wir schon wieder einen Lichtflur. Okay. Aber erst mal will ich hier runter. Hm. Da haben wir grünen Schamoder. Da. Den fülle ich doch erst mal auf. So. Dann haben wir hier einen abgeschlossenen Bereich. Ah, okay. Wo ist meine... Ah, da ist sie. Hm. Ah. Geh weg. Okay, du folgst jetzt dieser Lampe hier. Interessant. Äh. Ich kann die Lampe nicht hier mit runter nehmen. Was ist das für ein Scheiß? Ah, fuck. Ich glaube, ich habe die Lampe geglitscht. Ah, nein. Ich habe sie noch. Gut. Dann stelle ich die Lampe hier einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Und teste mal, ob... Reagierst du auf sowas? Oh, du stirbst einfach, wenn du kein Licht hast. Okay. Was passiert denn jetzt mit dem Fluro, wenn ich es nochmal erschaffe? Hier ist weit und breit kein Licht, das dich anlocken könnte. Wirst du hiervon angelockt? Nein, wirst du nicht. Wirst du wirklich nicht. Okay. Dann noch einmal. So, guck mal. Licht. Ja, Licht. Siehst du schon ganz richtig? Kein Licht. Licht. Kein Licht. Licht. Aha. Tue ich einfach mal so, als würde ich verstehen, was hier von mir verlangt würde. Ja, tue ich einfach mal so, als würde ich es verstehen. Kein Licht. Da oben ist... Aha. Ich bin ganz dezent verwirrt. Guckt mal hier da. Licht. Ah, nein. Geht nicht. Verdammt, jetzt sind sie in mich reingehüpft. So. Ich will, dass sie erstmal hier hinkommt. Da. So. Ah. Ich hoffe, das reicht an Licht. Oh, oh. Und dann... Da oben hin. Nee. Äh. Ähm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keinen Plan, wie diese... Ding funktioniert. Blau. Hier unten war grüner Glibber. Gut. Dann tue ich einfach mal so, als hätte ich diesen Mechanismus hier nie entdeckt und gehe einfach weiter. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich zugeben. Oder muss ich da mit der Lampe arbeiten, oder? Was machst du? Du machst auf. Was machst du? Du machst aus. Du machst mir Flurus. Du... Oh mein Gott, das ist alles zu viel. Ich verstehe es nicht. Ha, ha, ha. Ähm. Vielleicht hätte ich das Spiel aufnehmen sollen, wenn ich wach bin. Oh mein Gott. Du willst erst mal da runter. Hör mal hier. Hier willst du hin. Ah. Ja, da kannst du gar nicht hin. Da kannst du gar nicht hin, ich Genie. Äh. Dann erschaffen wir... Wow.